Ich hoffe das heißt, du freust dich. Ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, du freust dich. Aber ist ruhig deine Lieblingsfrüchte? Ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe nicht, dass der Stein nachwächst. Wenn ich das abgebaut habe, habe ich das abgebaut. Das ist vielleicht auch ein Lehrstück für die Ausbeutung der Natur und der Rohstoffe. Ich hoffe, du freust dich. Bei der nächsten Kontinentalverschiebung. Wenn die Platten aufeinanderstoßen und neue Berge, dann nix das noch. Oder bei einem Vulkanausbruch. Aber da möchtest du bei beiden Sachen nicht in der Nähe sein. Ich will Metall, ich will Metall, ich will Metall. Sie sind eigentlich auch bei einerں bei der Ohne und dem Spiel. Ich kann sie mit dem Thema die Kleinstersprung auswachen. Das war ich am Tzell. Ich kann sie mit dem Thema erheir. Ich kann sie mit dem Thema ja nicht wiederholen. Ich kann sie mit ihm aufwachen. Ich kann sie mit. Ich kann sie mit dem Thema sein. Es wird schon langsamer Trag das mal für mich Du wies doch Wie viel kann er? Er kann noch mehr Oh, ich hab 110 Festdürft reichen Na komm, das nehmen wir auch noch mit Das ist das gute Zeug Naja, das ist ja nicht unbedingt Ja dieses Graue Das ist mit allen Schön überladen Hallo Ernie Das ist eigentlich ganz praktisch So einer So, auf gehts dann zu unserem Der Truller läuft hier auch rum Hallo Truller Das ist nicht wo Ernie bleibt Da kommt schon irgendwann Was ist das? Das ist Das ist Bär Lass dich mal kurz auf Lass dich mal kurz auf So Immer rein das Metall Hier mal 24, 74 das reicht aber nicht Ich brauche noch ein bisschen Stroh Sehe ich gerade Jetzt geht mir das aus So, ich nehme das mal kurz ab hier Und es geht mir das mal kurz ab hier Also, ich nehme das mal kurz ab hier Wie habe ich jetzt zuspann? Ja, das geht mir das mal kurz ab. Wie geht das mal kurz ab? Feuerstein müssen mal drinken. Äh, Strom. Hatte ich hier Leder? Schon mal viel Leder. Noch mehr Leder. Für die Rüstung. Und Holz habe ich auch noch. Und Fasern. Fasern habe ich noch genug. Aber jetzt könnte ich mir... Äh, eventuell mal einen Breitsattel? Für... Nanny bone. Triceratopsattel. Einmal bitte. Und der braucht hier nochmal Trennstoff, oder? Er hat nur noch zwölf. Also machen wir ein bisschen Stroh. Und der kommt einfach draufgehauen. Und dann fällt er um. Wo kommt man denn da hin? Servus. Du darfst schon wieder aufsteigen. Das ist Ernie. Ja, aber hier rein. Und dann ist er ausgerüstet. Ne. Zum zweiten Sattel-Ausrüsten. es gibt eigentlich nur fallen lassen ausrüsten du bist ein triceratops oder vielleicht so und dann ausrüsten triceratops das hat ja geklappt jetzt kann ich mich da oben so reiten oder länge halten inventar öffnen und dann weiß nicht ob der bären mag überhaupt der bürger die cd bürger nein ich brauche sie nicht reiten hihihi wie schnell ist er ja nicht Ah ja. Das ist ja schon witzig. Oh. So. Das nehmen wir mal mit. Die 41. Die Werkbank. Und die dazu. 81. Ne, so ein 85, oder? Wie viel waren das denn? Waffen. Das dauert alles. Ah. Reicht. Und? Was? 20 Holz. Und 25 Leder. Okay. Hopp. Hopp. Habe ich jetzt das Richtige genommen? Ja, ich will es aber auch. Hm. Jetzt frage ich immer noch. Munition. Munition. Oh, die einfache Kugel. Schießpulver. Ah. Ja. Schießpulver. Und eine einfache Kugel. Eine einfache Kugel. Eine einfache Kugel. Metallbaren und Schießpulver. Wo mache ich Schießpulver? Wo mache ich Schießpulver? Immer noch. Ich würde ja sagen, Schießpulver macht man in einem... ... Ja, ist heiß. Inventar. Was ist das? Was ist das? Konservieren das Salz. Ja. Hier sind die dickflüssige... ... Wie macht man Schießpulver? ... 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 Die Börse Ist ja nichts zufriedenes So, die Türlampferbahn fertig Dann muss ich auch hier Schießpulver machen Ah, Gewächshaus, Kommunikation, Metall, Ne, Wagen, Nimmer, Rüstung, sonstiges Strukturen? Ne, Strukturen nicht mehr so Oder? Strukturen? Also Metall, Möbel, Rohre, Klippe, sonstiges, Stein Herstellung Sättel Waffen Munition Springstoff Granate Schießpulver Hm, kein Schießpulver Wollte ich sagen Selbst für die einfache Kugel Kanonkugel Für die einfache Kugel braucht man Erstmal will ich gucken, ob ich, äh Wow Na, wo so schnell So, 19, wenn ich mich jetzt abschieße, sind's Okay, ich hab, infinite Munition Ich brauche also Eigentlich nur Eine einzige Es ist nun die Frage Wie mache ich Schießpulver? Im Mörser? Schießpulver macht man im Mörser Ne? Wo sind die Wände hin? Was, du, ich bin hoch Ja, ne, du bleibst draußen Da kann man auch nicht viel mehr machen Scheiße, Scheiße Vielleicht habe ich's noch nicht gelernt Kiespulver ein krafttropf volles holzkohle wo krieg ich holzkohle her in mörsern stöße du brauchst zündpulver und holzkohle jetzt sag mir wo krieg ich holzkohle also nagerfeuer ich bin jetzt irgendwie zu schnell Hier war mal ein Lagerfeuer. Ich finde hier aber auch keine Holzkohle. Wie komme ich an Holzkohle? Muss es irgendwo gebrannt haben und ich finde Holzkohle? Es hilft mir meine schöne... Auf Y habe ich die gelegt. Es hilft mir die, wenn ich keine Munition habe. Wo finde ich Holzkohle? Wo es mal gebrannt hat. Holzkohle ist verbrannte und erkaltete Holz. Wo ist das Wasser gefährlich? Wo ist das Wasser? Wo ist die Kurze? Es ist nichts an der Oberstdessen-Verflanzung. Wo ist die Hölle? Was ist der Wind? Wo ist es? Das ist gut, was sie auf den stinkanten Kuss? ich guck mal irgendwo in einem wiki oder so wie ich an holzkohle kommen ok für holz gebe holz in zum beispiel schmelzofen oder lagerfeuer aber es muss holz sein kein stroh also holz rein ich brauche mehr holz holz drin ah mal gucken ob es überhaupt funktioniert das war ja wohl noch nix euch dauert das ich habe ja noch das lagerfeuer ja er nicht alles gut das lagerfeuer braucht zum reparieren stein noch ein paar stein und ein bisschen holz hast du noch stein dabei stein und holz stein stein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020